Gleich wieder da. Oh ja, dann mach ich das auch. Dann gleich wieder da. So, dann entschuldige ich nochmal für die Verzögerung. Und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Und die Kammer ist schon wieder unscharf. Von der neue Kam. So, und jeder, der es nicht mitbekommen hat, heute gibt es wieder ein Giveaway, Ausrufezeichen Giveaway. Wer mitmachen möchte, der gibt viele verschiedene schöne Preise. In Form von Steam-Spiele. Und die Kameras schalte ich gleich wieder scharf, sobald ich aus dem Ladebildschirm draußen bin. Ist doch wieder da. Muss ich mir jetzt wieder neu anmelden, bei deinem Giveaway? Theoretisch nein. Der Chatbot ist ja weitergelaufen. Na gut. Was nur Honi und Dulme hat gewonnen beim Bossfight. Der zweite PC wird erstmal dafür eingesetzt. Da läuft dann... Ausrufezeichen Giveaway, Razer. Ausrufezeichen Giveaway. Auf meinen zweiten PC läuft dann erstmal nur der Chatbot und der Browser, wie ich das Endprogramm aussieht. Wie ihr es seht. Plus mein Mischpult lasse ich da rüber laufen, damit der Spielcomputer entlastet wird und nicht dauernd rauszappen muss, wo mir da unten das Spiel abkackt. Und danke Honi. Und nächsten Monat werde ich mir die Ketchup-Card holen und dann werde ich direkt den Hauptcomputer nur noch zum Spielen benutzen. Oh Gott, es geht los. Andere Möglichkeit wird ja nicht bleiben, als die Capture-Card. Es gibt andere Möglichkeiten, aber die sind zu kompliziert und zu aufwendig, wo ich sage, es bringt nichts, ist zu aufwendig. Du kannst zwar über dem Router, über dein LAN-Kabel das noch machen, aber da musst du gucken, ob der Prozessor das verarbeiten kann. und du brauchst einen Gigapitl-Switch, das ist... Und da ich ja leider sechs Minuten zum Stoppen habe, kann ich mich nur alles nach und nach anschaffen, besorgen. Ich hoffe, ihr habt da alle Verständnis. Alles gut. Musst du hier ja keine Gegenschaft ablegen, Junge. Das ist so, wie es kommt. Ganz einfach. Hier ist kein Boss. Ne, Darrow. Dann lass uns Richtung Darrow gehen, oder? Hunter! Ach nee, das ist... Oh Gott, Alter, ich spiele das erste. Das war mein erstes Mal, dieses Spiel. Ich habe mich aber auch gewundert, warum der nach links gelaufen ist. Ja, gerade weil der so schnell war. Alles gut, ich nehme es zurück. Das kleine Mädchen in mir verschwindet gleich. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dir heute los? Ja, noch kein Bier, ich bin noch schreckhaft. Also, okay. Das wird ein Ton lassen... Mit dem Spaten, ne? Damit wir hier den Schatz irgendwo suchen können, ne? Mit dem Mikrofon lass ich halt über den Mischporn und Aux und über die Soundkarte in und out laufen. Und jetzt habe ich mir zwar den zweiten Pizzerian geschafft. Wo ja auch etwas gekostet hat. Was hat hier gerade Bing 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 gemacht? War das einer bei euch? Ja, das war mein Handy. Ja, bei Goldie ist mein Handy. Bestimmt Goldie ist live gegangen oder so. Da steht jetzt, Goldhorst ist live gegangen, gell? Ja. Ich bin schneller als die Teile. Krieg ich oft. Oha! War auf dem Hintern. Später. Ich blute. Ne, ehrlich? Ja. Leichter Schlagschaufel blute. Das ist aber eine Plattschaufel. Bei dem leichten Schlag schlecht bei der scharfen Kante. Mach's ein Heavy-Schlag, ist es stumpfer Schlag. So wie ein Nagelknife, kann ich mir das vorstellen. So wie ein Nagelknife, kann ich mir das vorstellen. So wie ein Nagelknife, kann ich mir das vorstellen. Dann sieht man, dass das viel zu wenig ist. Ich will damit ja den Schatz ausgraben. Und drum schlägst du auf den Titel. Also was für ein Schatz willst du auf den Titel ausgraben? Falsches Spiel. Falsches Spiel. Bis nachher und danke. Und wenn es Kaffee gemacht worden ist, schreibe ich dir, wenn du was gewinnst. Aber wahrscheinlich, wie es jetzt aussieht, möchte ich, dass keiner leer ausgeht. Keine Kasse. Warum nicht? Da musst du graben. Da hast du schon das Loch. Lisse. Kann ich graben damit? Verschiedene Spiele, die noch ein Geheimnis sind, aber die Steam-Werte haben der Top-Preis 30 Euro. Eure? Nein. Waren das eure Raben? Nein. Nee. Hier links sehe ich jetzt keinen. Das waren auch nicht unsere Raben, oder? Oder Enten. Da kommt Port... Nee, die sind nach Port Rieke gelaufen. Hä? Die sind von Alice nach Port Rieke gelaufen. Da vorne läuft einer hier in der Wiese. Ah, dann ist bestimmt Port Rieke der Böse. Der böse Boss. Teil ist gerade kacken. Vor mir Schritte. Bist du die 1 für die 1 für die 3? 5 Meter. Bist du die 1 für die 3? Aber da sind sie auf jeden Fall im Port Rieke. Von hier unten sind Enten hochgeflogen Richtung Norden. Du bist aber ruhig. Aber ist genommen. Ernsthaft? Was denn? Na ja, guck mal, wo der Boss ist. Schöppel. Wie, wir sind falsch gegangen. Aber wir werden die Raben und die Enten. Was haben die denn für einen lauffähig gemacht? Wie geht jetzt ins Haus? Ich. Okay, dann ist Z1, zwei, zwei. Und die 1, zwei, zwei. Heute eine Pumpe mit. Aber haben die auch mit, habe ich gerade gehört. Ich auch. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, die sind oben! Ich höre halt Schritte in der Küche! Dann klauen wir halt schon den Planet! Wir sind von hinten raus! Über mir schlägt einer! Wir sind über uns direkt in der Küche drin! Wir haben ohne Probleme einen drin! Einer ist geflasht! Nochmal einer, Minus! Aber wo ist der letzte? Weiß ich nicht! Ich habe bloß ein Flash hochgeworfen und bin hochgerannt! Hier oben auf jeden Fall nicht! Ich glaube, ich habe da was vor dem Sinn! Wo? Wo oben? Süden! Hier so! Im Augenwinkel! Mach mal den unten auch weg! Nicht, dass er seinen Kollegen wiederholt! Ich gehe rüber und gucke, pass auf seinen Kollegen auf! Ich gehe vorne in der Richtung des Eck! Könnte ich auch sonst mal ein bisschen befeuern hier! Was soll ich meinen anzünden? Ihr schießt vor Silenzberg! Irgendwo kam ein Silenzchuss her, ja! Dann lockt man raus, warte! Oh, könnte ein neues Team sein! Wollte ja weg sein, ja! Hony möchte am Boss teilnehmen? Meiner brennt auch! Also sehen, er hat auch bloß eine aufgenommen! Aber der Schiss kam mehr aus Süden! Ja, ja! Südosten der Gunde in Tri, ne? Ja! Also ich meine eher aus dieser Hütte hier hinten! Ich ziehe da im Pink wieder nicht nach rein! Aber jetzt gleich, wissen wir mehr! Irgendwas schießt! Ja, ich! Achso! Kannst du immer noch nicht orten, wo Schüsse herkommen? Das war gar sehr laut hier! Linksrum frei! Ernsthaft? Ja! Ich guck nochmal! Rechtsrum frei! Ich wollte die andere! Die feige Sau! Äh! Derjenige ist abgehauen! Vielleicht geht er zum Ausgang, um uns wegzusnacken! Der ist aber auch ausgebrannt hier! Der Ausgang ist links! Ich sehe auch nichts! Das müssen aber Anfänger gewesen sein, weil der Boss war so gut wie fertig! Nichts zu sehen! Dann macht man doch den Boss bis zu Ende! Normal schon, aber was ist normal? Titi! 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 Aber die sichere Variante wäre für die ja gewesen, wenn sie nach Blanchett gehen! So! Darauf! Also, ne? GG! Darauf gibt's ein Bier! Okay! Ja! Ja! Und leider waren nicht genug Verbündete beim Boss dabei! Ich hab keine Seelen mehr! Mir wurden 30.000 geklaut! Gar nicht wahr! Du kannst noch bestimmen! Und lasst eben nicht Seelen, sondern Geister! Boah, ich kraft das! Soll ich's für dich ändern, oder? Es ist zu naheliegend, Seelen und Geister zu unterschreiben! Das ist zu schwer für mich! Das ist einfach zu schwer für mich! Kaffee ist auch noch nicht ausgetrunken! Ich komm auch zu nix hier! Ey, ich hatte doch nicht mal einen heute! Ja, doch, heute Morgen, ja, aber daheim noch nicht! Ah! So, du kommst mit! Du kommst mit! So, und dann gleich wird er da! Du hast doch noch deine Punkte vergeben und so! Was macht der denn immer so schnell? Der nimmt einen neuen Hunter! Ach so! Ist doch easy! Deswegen spart er sich dann immer... ...das rumdrücken! Tschüss! Wir haben mal die Schlange mit, wa? Ich mein... Ne? Willst du wieder auspacken? Dann, dann... ...wenn ich hier auch mal ein bisschen die Schlange auspacken! Wir haben eine Sticky-Bomb dabei! Ich zeig dir gleich, wie ich nicht treffe! Du meinst, wenn ich am Laufen bin und es bei mir immer noch... ...macht, sollte ich... ...bringt auch schneller Laufen, Lex! Nein, dann... ...kann sie auch stehen bleiben! Kann sie gleich die Spritze setzen, die Halsspritze! Vielleicht überlebst du es dann! Ja, logisch werden wir die gewinnen! Ist aber ganz klar! Ich verstehe die Frage nicht! Spam! Oh, hier! Handy wegpacken, zocken! Ist wie beim Autofahren! Handy weg... ...aber es kapieren leider nicht viele Leute! Naja... Kippe aus! Halb! Kippe aus! Komm rein! Ich leg erst schon hier rum wie so ein Wahnsinniger! Macht mich ganz nervös! Will den Finger warm machen! So! Ich habe noch nicht einen Kill gemacht! Ach doch, einen! Abgesnackt habe ich den! Und Steak, wie geht's dir? Meiner so gar nicht! So, meine zwei Klappen! Du laden meine Dinger nicht? Was für Dinger? Blätter, Bäume und also ein Kram lädt nicht! Die Wände haben kein Muster! Irgendwann kommt's noch oder es bleibt so! Das sagst du jeden Tag, Steak! Das kann ich dir gar nicht mehr glauben! Du musst mal einen positiven Tag haben, oder? Das klingelt mein scheiß Telefon! Ich will irgendwo Raben! Ja! Ich glaube Richtung Nordosten waren Raben! Einfach mal gucken, ob da was hochfliegt! Ich gucke gerade nach oben, aber ich sehe, ging's um nichts! Was? Kannst du das drin lassen? Kannst du das nochmal holen? Ja! Okay, tschau! Wieder da! Wo ist der Rad? WB! Auto Ost! Ich glaube, C und A! Aber wenn die genommen haben, dann sind die mit Sicherheit rüber zum Ford! Äh, oder Nickelhoff! Äh, da hinten laufen welche! Aber die laufen tatsächlich Richtung, Richtung Norden! Ja, zum Bissen! Ja, ja, die kommen nicht hierher! Wollen wir da den Clou holen, ja, ne? Bei Lampe, ja! Äh, was? Hä? Was ist los? Deine Mutter ist ein paar Minuten da, du hast gesagt, dass... Scheiße! Wieso machst du denn das? Ja, alles so! Weil die da so rumsaßen vor mir, ich hab sie nicht gesehen! Wenn ich nicht runterkomme! Aber die sind schon drüben! Aber noch am Zug, oder? Spielen da mit jemandem! Also mir geht's gut, ich hab mich irgendwo den ganzen Tag heute auf dem Stream gefreut! Und ich hab dann von... Ich seh's ja im Zug, da läuft was! Ganz pauschal beschlossen, ich mach heute... Gwies'n Raben! Das waren meine! Was ist das? Okay, links weg, hat er gestorben? Und wieder, einer ist da drin gestorben. Es sind auch her dabei, der Hauptpreis hat, oder die Hauptpreise hat einen Steam-Wert von 30 Euro, also auch etwas hochwertigeres. Metall-Steps? Aber wir haben uns eh schon verraten. Vorher ein Ziel drin. Unter dir, Goldi. Oben drin. Okay, drin. Einer zumindest. Da ist einer down, Wendeltreppe. Einer war hier oben, dann habe ich Angst, der hat sich gerade geheilt. Ich muss sie die down machen. Die hat mich sonst mitgenommen. Bei mir, ja! Oh, fuck! Der bleibt mein Scheiß-Spielhänge, der ist direkt im Eck hinten. Das gibt's nicht. Der war direkt an der... genau der. Ich hoffe, es tickt. Das war gemein. jawohl. Vielen Dank. Und dann... Hilfe! Vielen Dank. Das war mega. So, ich hab meine Nüste angefangen. Mit Headshot. Es steht 2 zu 0. Für die Gegner oder für dich? Für die Gegner. Okay. Ich bin jetzt schon zweimal durch Headshot gestorben. Und dazu muss ich sagen, das war eine Conversion. Natürlich werde ich durch eine Conversion getötet. Bumsen, ey. Bumsen. Die Doppel, also die Akimbo oder normal? Nein, Akimbo natürlich. Mit der ich, der kann einen Meter vor mir stehen und ich treffe den Kopf nicht. Und der steht 15 Meter von mir entfernt und trifft die Birne. Das gibt's doch nicht. Ich bin zu doof dafür. Klingelt an der Tür. Ich denke, es gibt Döner heute. Zugang tut es bei dem. Zugang tut es da. Telefon klingeln. Das würde mich schon wieder totnerven. Das wäre blödsinn, ne? Kombo. Komplett, du doof, ey. Was? Soll ich mir die neue LeBelle mal kaufen? Ich brauche mir die neue LeBelle jetzt nochmal schnell. Ich muss ja eh an die Tür. Ja. LeBelle. Da ist sie. Ein junger Hüpper. Hahaha. Das ist ja geil. Nee, nicht Essen. Frau Goldi ist da. Ein junger Hüpfer habe ich jetzt. Das passt ja so wunderbar zu mir. Hm, was? Hä? Ja, nicht. Was, junger Hüpfer? Hä? Ja, die Waffe, die ich mir gekauft habe, heißt junger Hüpfer. Ach so, die LeBelle meinst du? Ja. Und junger Hüpfer passt doch wohl zu mir oder nicht? Willst du einfach irgendwas anderes sagen? Aber da fällt mir ein, dass Zecke noch gar nicht Goldi kennengelernt hat. Den haarigen Goldi? Muss ich Goldi kennenlernen? Den haarigen Goldi? Ich weiß jetzt nicht. Das ist noch nicht 22 Uhr. Den haarigen Goldi? Also jetzt wird es aber... Den kleinen, den haarigen Goldi. Ich bin weg. Ciao, pass auf. Oh, warte, ich muss Qualität hochstellen. 720p. Oh, ja, ist er süß. Aber ich sehe den Stream eh irgendwie anderthalb Minuten verzögert. Echt? Ähm, der fördert sich gerade bei dir, also bei mir, mit dir. Im Bad? Irgendwie. Jetzt ist er im Bad. Ja, der ist weg im Bad. Ja. Ah, schön die Krallen raus. Ja. Ja, toll, das Spiel lädt schon wieder. Müssen wir einfach zocken? Ne, Moment, geht nur bei mir. 720p. Der Wecker klingelt, sie macht ihn aus, legt sich wieder hin. Immer so. Für Kleingoldi gibt es erstmal eine Liebe. Keine Liebe. Ach, inhaltlich geht es bis 21 Uhr und dann sinkt das Niveau. Yes. Wieso? Bis 21 Uhr. Ja, danach wird nur noch über Genitalien gesprochen. Wöö? 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 Wieso denn das? Ich habe meine tägliche Herausforderung abgeschlossen. Was war denn das? Ein Grand töten, oder mal? Töten Sie ein Grand, Sie loser. Sie kriegen ja sonst nichts auf die Kette. Oder sie kassieren einen Headshot. Selbst das Messer werfe ich daneben. Also, zeige dir die Crème de la Crème wäre jetzt noch ein Headshot mit der Quad Derringer, oder? In der Tat. Ich habe vorgenommen, alle Stunde ein Giveaway zu starten. Dann ist dieses Spiel deinstalliert, ich schwöre. Ich habe nur einen verstanden. Dann deinstalliere ich das Spiel. Okay. Jetzt, Goldi. Alle Stunde werde ich das Giveaway raushauen. Alle Stunde? Ja. Wie oft hast du das Spiel? Ja. Na, okay, okay. Was macht ihr denn jetzt schon wieder kaputt? Ihr soll doch bloß den Clou holen. Wechseln wir den Boss? Ich habe keine Lust, da hinten ganz klein zu laufen. Ja, dann lasst uns rüber. Blank gehen, oder? Ja, tot bist du. Nee, nie von Clouless. Verschiedene Spiele. Irgendjemand scheucht da hinter uns alles auf, was es gibt. Ich bin's nicht. Weil ich werde eh... Das ist immer nicht. Weil ich werde... Ich bekomme sie immer ab. Ich muss es ja immer wegmachen. Spinn ist hier. Spinn ist weiß. Spinn ist hier und weiß. Das ist eine weiße Spinne. Heute gibt es Spinne mal in weiß. Okay. Ich habe eine Sticky dabei, oder hast du auch eine? Ich hätte auch eine. Aber ich... Das ist ja eine Spinne. Ja, ich habe daneben geworfen, daneben geworfen, daneben geworfen. Ich habe auch noch eine dabei. Ja, ich habe daneben geworfen. Ich habe es verstanden. Also es werden verschiedene Steam-Spiele verlost. Die Werte sind zwischen 5 und 30 Euro. Ich habe auch verworfen, oder? In dem Moment ist sie weg. Im Spiel-Laut oder die Audio-Ausgabe? Aua, 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 aua. Boah, ist dies akkro. Hier wirft gerade einer was rein. Oder seid ihr das gewesen? Was? Ich verstehe kein Wort. Ich war es, ich war es. Ich habe es ganz alleine gemacht. Wer hat Nisse jetzt geschmissen? Echt? Ja, die dritte trifft wenigstens. Herr Goldi. Ich kann ja nichts, wenn die hier verfehlt. Ist angepasst, Fake. Habe ich da vorhin ein Bärenfahren gesehen irgendwo? Also ganz ehrlich, diese Fallen, die du immer aufstellst, ne? Ja. Haben die es sehr oft schon, es gibt dir gedacht. Ich frage mich, warum du die immer in der Hütte aufstellst. Damit keiner reinkommt. E-Back-Line-Anzeigen, Duck. Ja, wäre das nicht viel, viel geiler, die, da kommt Hunter, wäre das nicht viel geiler, hier zum Beispiel diese Türen oder so abzuregeln? Haben wir doch schon. Nein, nicht von der Hütte, sondern vom Kampffahrer. Da müssen wir raus, weil das schließt man sich ja immer im Kampffahrer und ein. Welche Richtung? Da wo gepinkt ist, geht Turm hoch. Nö, hat nen Hit. Und der andere ist bei der Wurzel. Da. Ja, es war mehr oder weniger ein Findelkind. Guck mal, du hast geklogen, aufpassen. Dann ist einer noch beim Zug. Einer kommt eine Treppe hoch. Bis dahin. Wenn es die Leitende ist. Einer ist da. Direkt bei mir an der Seite. Da hat sie niemals drauf gemeint. Gibt's nicht. Wenn ich jetzt da reinfasse. Ich glaube... Der ist auf dem Vordach, Tidal. Auf dem Vordach. Okay. ein bisschen einer ist unten reingelaufen in der dachluke da bist ja wenigstens einer der da reingeht die passen nicht mal durch das loch die passen das sieht einfach aus die 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 Musik 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 Ska Säke This is big Die Abbildung ist von C an. Ich verliere schon beim Flippen im Chat. Ich habe alles unter von Räumen. Ich habe keine drei Arme. Weg! Jetzt muss ich zweimal absäumen. Zerke? Ja? Nicht wieder, ok. Hat sich in deiner Statistik gerade was geändert? Wien habe ich geändert? Ab sich deine Statistik von zwei erhöht hat. Hä? Du hast gesagt, du führst jetzt Strichliste. Ach so, nee, das war Pumpe, stimmt. Ok. Da habe ich... Warte, ich muss zurück gehen. Pumpe. Zwei Mal. In einer Runde Pumpe. Oh, kack. Ähm, nein Steak. Noch habe ich keinen Sponsor. Ich bin noch auf der Suche. Aber dafür bin ich noch zu klein und unbekannt. Bist du von deiner Firma Sponsoren? Magst du auch noch Werbung zu geben? Nein, von deiner Firma. Wollen wir C und A oder gehen wir rüber? C und A. Wenn du nicht willst und du gezogen wirst, ziehe ich einfach einen weiteren. Kann man auch so machen. Warum möchtest du jetzt auf einmal nicht mehr? Wer ist jetzt in dem Bokker? Ja, ich habe geguckt, ob da man rüberkommt. Denn genau das habe ich vermutet, dass wir da eh hin müssen. Ach, da wollen wir gerade schon gestorben sein. Okay, Stegen, in welche Richtung würde dich was interessieren? Eine Schnitzeljagd vielleicht? Das war richtig gut, das Wort Spiel. Ja, ich weiß. Die Titel muss mich immer so ein bisschen ärgern. Bei mir lädt die Grafik ständig nicht, das ist doch kacke. Hast du das gemacht? Hättest du vielleicht auch mal den PC neu garten? Es war doch Zeit, dass du dir einen neuen kaufst, zeig, gell? Ey, das sind zwei aufeinander. Ah, das sind schon Schüsse. Also wenn es so Action, Horror, RPG oder, äh, RP. Hallo, was machen Sie da? Ja, ich bin nochmal in Einstellung, um zu gucken, warum hier nichts... Ah, okay. Er hat's ja irgendwie Download im Hintergrund oder so. Nee, nee, der liet halt die, die... Ich hab alles matschig. Matsch, matsch. So, wir haben uns dann auch wieder vernünftig angekündigt, dass wir kommen. Ja. Oben auf dem Dach. Ähmt uns schon ab. Wer denn? Auf dem Dach. Aha. Headshot down. Kürtturm. Ich hab Hund. Ob wir da sind, wird er aufgehoben sein. Muss mich heilen. Also, wie gesagt, der im Türm hat einen Headshot gekriegt. Du meinst am Dach oder am Turm? Im Turm. Ja, der neben am Dach war ja auch... Au, 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 auf dem Dach, auf dem Dach ist immer noch einer. Headshot down. Auf dem Dach, oder? Ja, Dach. Äh, Hundeteil da hinten. Nee, weil ich hier schieße. Wo war ein Turm, einer? Im Fenster. Oh, Achtung, die haben Fässer vermähen, passt auf. Das Fenster ist ja noch ganz da oben. Ich hab von Weitem geschossen und hat's einen Flatsch gemacht. Ich hör' irgendwo Hunde, schon wieder. Oh, von hinten. Aus dem Westen, oder West? Das kann ich dir nicht genau sagen. Das kann ich dir nicht genau sagen. Es war von hinten. Ich würde sagen, Südosten. Südost? Okay. Ja. So, der auf dem Dach ist jetzt heiß. Ich hab' hier in den Weißen Haus, ist er. Warte, ich ping' gleich. Da. Da an dem Weißen Haus. Und, der jetzt sagt er, oder? Ja. Der ist da. Im Moment, das Weißen, wir haben das nur das Team da im Haus. Ja, aber da hinten war ja noch einer. Oh, das ist der dritte von dem Team. Koldi, kannst du mal deinen Ping wegmachen, bitte? Weil du es bist. Danke. Ich hör' die ganze Zeit irgendwelche Hunde hier. Jetzt war' 60, circa. Nee, das ist viel zu weit weg. Nein, aber da in dem Haus war doch einer drin. Bitte lassen. Oh. Vor mir, vor mir. Hier. Oh, ja, neues Team. Ich hab' einen Hit-Up bekommen. Ja, ich... Und 60 schießt auch einer. Ja, ganzes Team. Aber der im Norden ist halt auch noch der K. Du bist unten, zöcke. Ich bin drin, ja. Und da in dem Norden war auch einer. das war eigentlich im kopf hier unter dem haus bist du drin oder draußen teile aus 195 unter dem haus ist einer alles zu weit weg die händen also so halb bei büssen kurzer oder langweiliger zündeln hast du eine tür aufgemacht? ja und wieder zucken alter 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 die kommen näher also ich bin jetzt aber macht jetzt erstmal kein stress deswegen wir schon erwähnen dass ich aden sowieso scheiße finde das hatte der arme armort dann getan ich hüpfel draußen seh da war es ein schieser drauf also karten decoy geworfen hast du karten decoy geworfen nein näher hat er nicht dann ist einer nahe ja 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 Titel, wie viel hast du noch? Bist du draußen? Nein, ich bin tot, ja. Knapp 100 Meter Bunny. Aber von woher bin ich erschossen? 100 Meter Bunny. 1 Meter Bunny? Ja. Ich verstehe, was du gesagt hast. 100 Meter mit der Bunny. Nein, ich bin doch außen vorbei gegangen. Spielsack neu. Ja, du musst das Haus noch draufsetzen. Ich hab mir gesagt doch was. Ja, da noch nicht. Da kannst du deinen Adler in. Ah! 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 ich glaube ich war der den chance geholt hast du hast in jedem waffe nur noch einen schuss drinnen Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Unter anderem ist der Bunny draußen, oder? Hm, der will den anderen wieder aufheben. Oben, oder? Westen. Irgendwo hier hinten. Ich tippe beim Tor an. Neben Wassergraben. Wo genau? Weiter hinten? Direkt. Wassergraben. Du kannst höchstens sein Maid anzünden, hab das auch gemacht. Ich sehe, im Wassergraben kann du gar nichts. Das ist der Metzger. Ich sehe ihn nicht im Wassergraben. Aber es ist nicht der mit der Bunny. Wo siehst du den ungekehrt? Klingt sehr. Alter, wie oft soll ich denn da noch pegen? Hat ein Mosin hier drin, ist hinter dem Hundekäfigstall. Also ich habe ihn gerade getetet. Müsste ihn gestricket haben. Weiß ich aber nicht genau. Hast du? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe was gehört. Mach mal kurz den Voss. Che spaceship. Be⁴ишь? Oh. Wie ist denn hekt? Achso. Achso. Komplett. Achso. 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 Wie? Achso. 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 Jetzt guck, ob er da liegt. Links neben dem Hundekäfig müsste er liegen, wenn er einen Titeln hatte. Noch weiter links. Nee, der liegt immer da. Nicht getradet. Stabte ich eigentlich. Erstmal danke. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo seine ganzen Künze liegen. Ich weiß es noch. Ja, rechts am Ecke, rechts am Auseck liegt noch einer. Ich suche gerade eine Laterne. Der eine liegt aber noch hier vorne. Ja, aber den habe ich ja schon zweimal, glaube ich, gekillt. Nee, die Frau hast du zweimal gekillt. Ja, genau. Warte noch, Alter. Wir haben gleich die Bounty. Ja, ich glaube, da liegt aber noch einer. Ja, die liegt da noch. Da rechts am Eck liegt noch einer, ne? Ja, da vorne liegt da auch noch. Direkt am Zaun liegt auch noch einer. Und der die jetzt. Ja, ja, da, hier irgendwo müsste einer liegen. Ja, ja, die... Dann glaube ich schon, dass der tot ist. Schau doch mal genau hin. Vielleicht habe ich ihn doch getradet. Ja, wo hast du ihn denn erschossen? Ja, ungefähr beim Haus dort. Da, wo du jetzt hinguckst. Aber ich sehe ihn momentan auch nicht. Das Kiel ist doch jetzt nicht. Liegt der da? Nee, ne? Nee. Der lag neben dem Miss-Wendern hätte neben dem Hunde-Kiefig sein müssen. Nee, hier war er doch. Ups. Gibt's ja nicht irgendwo last fern. Ich bin da rechts neben dem Käfig. Der hat ja so geschossen. Nee, nicht da vorne. Hast du die Fallen wieder aufgebaut? Nee. Ich kann nicht sehen. Nee, ist der Range raus. So? Waren es alle dran gewesen? Ihr müsst aufheben. Ich brauch's mitmachen. Ich brauch's mitmachen. Ja, ja, ja. Du musst aufhören. Ja, ja, ja. Achso, lupen könnte man ihn noch, ne? Hier ist ne Lübterle. Ich krieg eh nur irgendwas wieder. Hier, tassel, loote den nochmal. Hier ist ne zweite Laterne. Dann fackel ich ihn jetzt ab. Hier, loote ihn. Da legt die Laterne. Oh, wie meinst du das? Hat jemand Lache 2 angemacht oder ist sie in live? Das ist live. Hier vorne dürfte ich ja sofort verbrennen. Eins noch frei. Ja, weil der dritte von dem Team, vom ersten Team ist auch abgehauen. Ich lasse ihn aber nicht, seine Leute wieder aufstehen. Also, auf, erstehen, lassen, tun, machen. Ja. Der, wo Cam Bounty hat jetzt, sollte jetzt eigentlich am Ausgang warten, bis er kommt, oder? Ja, von wegen, außer, außer Entfernung gehen, um die dann hinterher wieder aufzuheben. So weit kommt das nach. Das ist ganz normal. Der brennt hier noch? Ja, auch der an der Ecke brennt auch noch. Ja, okay, wenn der zweimal gestorben ist, heißt das, dass er ja auch maximal 100 haben kann. Ich schau schon mal. Nix zu sehen. Und der dritte vom ersten Team wird schon lange raus sein. Ich denke, er ist Richtung Südbeil oder er ist wirklich zum Ausgang gelaufen. Der hier ist nur noch Kohlen. Der ist auch verbrannt. Dann können wir los. Teile laufen nicht so weit vor. Lass uns erst gucken. Sonst macht der Knicknack nur zu kurz zu dir. Nee, ich kenne noch zwei. Nix zu sehen. Zwei Knicknack? Zwei Knicknack. Zwei Mal tot. Naja, aber wir müssen sich ja auch irgendwie wieder aufheben können. Der ist alleine, ey. Puschen, tot. Auf jeden Fall sind hier Türen auf. Ja, das waren diese weit entfernten Schüsse. Vom ersten Team, der dritte, der wunderlichste Hütte war. Wenn wir die anderen zwei auf dem Dach hier angezündet haben. 30. Hat jemand Worte dürfen? Nö. Als Daily meine ich. Schöne Runde. Ja. Ich guck dir gleich ab, wer den Knacken hatte. Oh fuck, fuck, fuck. Alter, ich hab sowieso nur so wenig Leben. Hast du so einen Mischpult jetzt schon, Goldi? Ja, aber das, was ich hatte, verkaufe ich wieder. Den Wolltigkeitswagen, das verkaufe ich wieder. Das hat ja wieder nichts gebracht, außer... Ne. Nichts. Zu wenig informiert. Das Problem, das Mischpult, was ich mir gekauft habe, ermöglichte keine Phantomeinspeisung. Die brauche ich für mein Mikro. Guck mal, wie das aussieht. Okay. Also ich hätte ja gerne so einen Mischpult, wo ich das Spiel oder Discord oder Chrome, also den Browser, variabel die Lautstärke verändern kann. Kann man damit? Mit dem, was du hast? Ja. Das heißt, wenn die Runde zu Ende ist, kann ich einfach mit dem Finger Hand leise machen. Theoretisch, ja. Das mich nervt, diese 30 Sekunden, dann wird es ja immer lauter und lauter und... Du kannst... Irgendjemand schießt wieder mal mit seiner Kettenpistole, so und das will ich einfach nur stumm machen. Vier Mikrofone kannst du anschalten und... Nee, drei Mikrofone kannst du anschalten und vier oder fünf Soundkanäle kannst du separat steuern. Was kostet Spaß? 300 Euro oder so. Bitte? Kurzfk. Ja doch, das, was du mir gezeigt hast, hat 300 Euro gekostet. Ja, dafür so viel verkaufen ist es ja nicht. Ich hab doch was am Zaun. Ich geb doch nicht für laut-leise, geb ich doch keine 300 Euro aus. Ich hab's in Ebay für 2,20 Euro drin. Alter, auch! Also, das darf nicht dreistellig sein. Gibt's dann überhaupt sowas? Ja, deswegen frag ich ja. Jetzt kurz eine dampfen und dann werde ich das erste Giveaway machen. Bis gleich. Bis gleich. Ich spiele wieder mit dem Hunter, aber der ist ja schon auf 15, ne? Wie will man da noch wo, da? Guck mal! Was gab's heute eigentlich zu gewinnen? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Machen wir auch einen. Wir auch. Der ist mit der Bobbel abgekommen. Ach, der war auch so Bobbel. Ich verliere immer, immer, immer. Ich glaube, ich habe halt keine Seelen mehr. Ich habe keine Seelen mehr. War der Boss eigentlich schon wieder durch? Ach, ihr seid alle nicht da, ne? Oh, oh, Spiel geht los. Herzlich willkommen. Na toll. Die beiden Buben lassen mich alleine. Kann ich für den Stream bisschen rumhüpfen? Hallo, ich bin's. Hallo. Okay, ich hau ab. Mach das. Aha. Da guckt mir jemand über die Schulter. Ja. Die hätten auch Cyprus gehen können. Guck dir das mal an, das ist gar nicht so weit weg. Ich weiß gar nicht, wo da die, der, der, der ist. Die, der, 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 der? Ja, mir egal. Wir können auch Cyprus runter. Wie bitte? Wir können auch Cyprus runter. Ja, damit rechnet keiner. Aber hier sind zwei Clues. Das sind zwei Tobletten? Zweimal Clues. Zweimal Clues. Und ein Emulator. Und 46 Hunde da hinten. Frau Kren. Ist denn das so schwierig, daran vorbeizugehen? Das warst du. Oh, nicht ich? Sorry. Aber ich weiß. Okay. Deswegen meckere ich ja mit mir selber. Ah, okay. Du meckerst mit dir selber. Er macht's immer mit sich selber. Also, meckern. Meckern, meckern. Ja, ich seh' ihn da drüben. Ja, ja, ja. Du musst deinen Ping mal weg machen, bitte. Am Ping ist einer down. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Aber bei euch haben wir einen Kampf und das ist noch keiner. Ja, wir haben eine Sprenglanze. Ja. Er ist jetzt runter. Ich bin da. Also, ihr habt einen down, oder? Ja. Runde, Runde. Einer ist außenflätschig. Hier war einer. Und einer schießt ständig mit dem Sprenglanzer auf mich. Eine Ruine, eine andere Treppe. Eine hinten an der Ruine. Ich hab Gott. Jetzt. Eine hinten an der Ruine. Hier vorne gleich aufpassen. Hier vorne gleich aufpassen, hier. Ein Hund oder ein Jäger? Jäger, Hunter. Der andere Ruine hat einen Hit. Der andere Ruine hat einen Hit. Und der hat die... Hat einen Hit. Bei mir direkt an der Ecke. Ich hab wieder... Ich hab wieder... Ohne Problem. Ey, das gibt's nicht. Zwei pushen. Hat nicht. Ich hab nix zu nachladen. Zu nachsetzen. Der pusht mich. Der pusht mich. Der pusht mich. Wir haben doch wieder aufgehoben gehabt. Here. Hier. Das war's für heute. 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 So, dann muss Duck of Duty mir Discord-Anfrage kurz schicken oder in Steam. Dann haben wir Honi, Honi, Honi haben wir noch gehabt, ja. Die müsste ich da auch drin haben schon, da ist der Razor. Und da ist der Razor. So, vielen Dank für deine 100 Bits. So, jetzt fehlt nur noch Duck. Duck, bitte melde dich. Ach du Scheiße, ich liest mir jetzt gerade mal deine Chat-Rules durch. Ja. Die dürfen keine Beleidigung und ich lästern? Nein. Außer untereinander. Das war den ganzen Tag. Und Spaß haben? Ich kann ja, ich kann ja auch flüstern. Ich kann ja auch flüstern. Hallo, das war's für heute. Ich kann ja auch. Ich kann ja auch mal. Ich kann ja auch mal sagen. Ich kann ja auch mal sagen. waren und nichts bekommen haben, stehen trotzdem drin. Das gucke ich aber gleich noch mal nach. Und, Snoop, wie geht's dir? So, oder? Ja, wenn jetzt keine Meldung kommt, steht es sowieso schon drin. Okay. Und dann verschenke ich mein Geschenk nie wieder. Oder? Nee, das geht nicht. Geschenk ist geschenkt. Wiedergeben ist verboten. Ich hab's ja immer anders verschenkt. Wiederholen ist gestohlen, oder? Wie war das? Warte, ich guck gleich noch mal, dass ich nichts Falsches sag. Ich glaub, das geht grad nicht mehr, weil auch bei Snoop Dogg nichts funktioniert, oder? Ja. Einen Moment, ich start's gleich wieder, nachdem wir aus dem Ladebildschirm draus bin und du scheißkamera regst mich auf. Ich dachte schon, ich hab zu viel Bier. Ah, okay, ich dachte tatsächlich, das liegt auch an mir. Ja, ich hab auch schon gedacht, ich hab zu viel Bier. Trinkst du da Ayran? Ja. Okay. Was trinkst du? Punsch? Ayran. Ja. Was, was ist das denn? Ja, so ein türkisches Erfrischungsgetränk aus Milch. So, jetzt könnt ihr bitte mitmachen. Title und Snoop Dogg-Tipp, äh, außer Bezeichen Giveaway. Ich mach hier nirgendwo mit, ja? Äh, Zecke steht noch drin. Ne, Zecke steht nicht drin. Warum steht Zecke nicht drin? Hat Zecke noch nicht mitgemacht? Du bist schwarz. Deine Kamera ist gerade aufgeraucht. Aber jetzt hat er wieder klar und deutlich gesagt. Jetzt auch klar und deutlich. Besser wie sonst. Warum will Zecke nicht mitmachen? Weil ich das letzte Giveaway noch nicht mehr installiert hab. Und das, davor das Giveaway, das spiel ich immer noch. Ich komm nicht mehr hinterher. Ich verschenkst zu viel. Vögel! On the left side. Genau da. Die haben einen? Ehrlich zu sein, möchte ich ja auch ein paar Zuschauer da doch gewinnen. Ich bin ja auch ein Mitspieler und kein Zuschauer. Ja, ich auch. Verschiedene Steam-Spiele so im Wert von 5 Euro bis 30 Euro. Also 30 Euro, das sind die drei Hauptspiele. Ja, das weiß ich nicht nur. Juhuhuhu. Pam. Bei mir laden immer noch nicht die... Ich muss gleich mal einen Neustart machen. Äh, dann kann man das passen. Bei dir nicht. Und gegen Ende des Monats wird wieder wahrscheinlich zwölf Stunden gemacht werden, wo dann wieder Hand und eventuell DLCs verlost werden. Wieder zwölf Stunden? Ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Geil! Wann? Wann? In... Sag mal zwei Wochen. Wir waren in... In zwei Wochen. Ja. Cool. Nächste Woche bin ich... Achso... Hab ich noch Urlaub, glaube ich. So, das Ende meines Urlaubs. Und ich bin nächste Woche tatsächlich am Wochenende... Auf Zwutsch. Endlich mal wieder. Scheiß Corona. Ja, wir fahren mit der Klicke jetzt doch in die Eifel. Das heißt, du bist nächstes Wochenende nicht da zum Spielen? Nee. Ach, nee. Freitag, 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 ab Donnerstag geht's los. Das hat's uns jetzt. Zu dir, die Gewigung ist schon geholt bei uns. Ja, ich hab den Urlaubschein, wollte ich noch einreichen. Ja, du weißt, drei Wochen Vorlaufzeit eigentlich. Äh, ja. Das muss ich gleich, dass die Klicke dran sagen. Ausdauer, oder nicht genug? Nicht genug Ausdauer für den. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Sweet Bear, Alabama. Das waren die Hunde, das war keiner von uns, das hatte ich genau gesehen. Auch mal Hunde. Mein Messer ist weg. Ich würde auch gar nicht so schnell laufen, weil... wir haben Single Bounty und ja genau da schießt schon was an Sweetbell, auf Sweetbell, bei Sweetbell Hunter okay ist eine Runde aber fängt auch mit H an Hunter 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 Waterdoubles Rost nicht so geil das zeige ich schon wieder Hunger das losen hast du eigentlich schon Hunger? nicht ja wie geht denn das? ich glaube Pizza ist auch schon in der Mache du hast gerade zwei Kilo Kuchen gegessen ich liebe die Brücke du hast erst zehn Kilo Kuchen gegessen eben und hat es ja wenigstens mal zu rein kannst du mal wieder Kürze essen das sind Aspekte freis es weiß ich will mit Y-Emotes machen das fällt im Spiel das fällt mir im Spiel das fällt mir im Spiel wieso explodiert ist bei ihr und macht keinen schaden will die mich verarschen da kommt welche aus südosten das heißt wir haben lossen und südosten hast du so eine komischen drahtdinger teile ja wenn du jetzt hier zum draht ding hin macht und das kaputt schießt dann kann ja keiner mehr von da kommen bitte ich hoffe dir gefällt so pass auf da machen wir hier eins und hier eins genau so ist das doch schon mal geil da kann schon mal wenn da hinten nichts mehr kommen genau und wir können in anführungsstrichen uns immer noch frei bewegen auch misst stört bleibt stehen ich glaube ich natürlich keine ist die dabei jetzt ist rot jetzt ist rot ist soll es nicht aus macht keinen sinn was heißt hier hinten der mit seiner tür zu machen eine bombe lens da ist der bombe lens hat nicht drin danke let's down also falls das der war keine ahnung war kurz und schmerzlos gar nicht erst lange rum fackeln also bomben jetzt lebt noch wirst diese netze in der zwicken die speck das sind wir noch was auf das roh des fass direkt daneben die macht mal weg schmeißt nur halb rein keine ahnung von wo das reingeworfen hat ja ich habe angegeben das muss irgendwo unten sitzen auf die treppe hoch pass auf unten ist auch eine ich glaube neues neues ja von weiter weg schießt was auf mich kasse als ich krieg nur höchsten assisten grunt hat ihn getötet hat jemand von euch die kasse genommen ja ich unten hier zwar doch jetzt noch mal zwei von dem team oder ja mit der richtung sei lenz haben wir so nicht gesehen da ist er drin machen pink weg ihr müsst euch merken wo da war ja oder der hat mich getroffen ist ein stück nach hinten gelaufen sind die glasen jetzt auch mal fertig habt ihr den zweiten auch angebrannt ich hab's versucht ich geh mal gucken nein da brennt nicht wo ist der pinion mal bitte hat ihn gesehen ich habe in die richtung noch mal geschossen das ist ein bisschen abgedeckt ist wenn ihr dann versucht an zu zünden jetzt ist er da ich glaube jetzt kommt ein neues ein supply neues team jetzt am supply ist gar nichts also momentan ich sehe nichts am supply hier ist haltung links neben dem schlammhaufen wow zwei linke mit dem team shot alter der hat diese tür schon wieder zugebracht minus 1 oder das noch einer ich glaube keine heilung mehr minus zwei müsste es sein welche richtung genau da nochmal da ist er hier unten war was noch ein team oder noch ja noch ein team ok ohne heilung ist es irgendwie kacke wer hat sich das kommt vom norden und von silken ich brauche ich muss irgendwo um ihr heilung suchen genau der trifft wie kann der so gut schauen das ist ja so Ich weiß nicht, dass er sich aufhört hat. Ich weiß nicht, dass er sich aufhört hat. Ich weiß nicht, dass er sich aufhört hat. Ah, gut. Das war er. Wo? Ich weiß nicht. Das ging mir auch so. No fuck cake. Durch den Zaun. Aber nicht der, der gelaufen war. Also nicht den, den ich verfolgt hatte. Okay, dann kann's sein. Aber natürlich Kopfschuss. Ja. Ja, geht mir echt auf den Sack. Kopfschuss? Naja, weil ich mich nicht bewegt hab. Nein. Um Gottes Willen, nein, dass wir hier schon wieder eins auf den anderen auf den Sack kriegen. Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Natürlich. Bloß weil wir einmal, beim letzten Mal was rausgeholt haben, haben wir nur auf den Sack gekriegt. Was? Nee. Zwei Mal. Zwei Mal. Ja. Wir haben uns nicht beeilt. Wir haben uns nicht beeilt. Seit Prisons sind wir langsam gelaufen. Naja, und die drei Typen, die jetzt angekommen sind, die hatten ja schon einen Kampf. Ja, aber wir haben jetzt zwei Teams eliminiert. Und dann kommt das dritte Team. Was für einen Kampf hatten die dann? Ja. Und dann kommt das dritte Team. Ja. Ja. Aber mich hätte interessieren, warum Zecke nicht mitmachen will. Habe ich doch schon gesagt, ich kann nicht so viele Spiele, was soll ich denn damit? Ich bin hier immer noch, wie heißt es hier, Green Hell. Und ich habe das letzte Dungeon irgendwas, habe ich noch nicht mal installiert. Das war Hammer. Keine Zeit. Wann soll ich denn das alles machen? Was? Wer fährt uns wieder mit dem Jungs weg? Ja, Corona-Zeit ist vorbei. Mit dem Fußball sieht es nicht so toll aus. Kommt noch. Naja, ich glaube, dass auswärtsfahrten, das dauert noch ewig. Und ich stehe im Stadion im Stehbereich. Ich sitze ja nicht, sondern bin im Stehbereich. Und das wird auch noch ewig dauern, bis man da wieder entlangt. Ja, ich denke, eher Sitzbereich wird es anfangen mit dann 1, 2 Plätze leer lassen. Aber im Stehbereich kann es dann wieder schlecht umsetzen. Ich habe ja schon, zum Kumpel habe ich schon gesagt, die sollen, also den Stehbereich, da bringe ich meinen Hocker mit und schraube den da auch fest, denn es ist auch ein Sitzbereich. Und wir haben, das ist zwar Stehbereich und du hast keinen festen Platz, aber rein theoretisch hast du immer einen festen Platz. Es sind um dich herum immer dieselben Leute, jeder steht an dem Platz, wo er halt immer ist. Also eigentlich hat man feste Plätze. Da schraube ich meinen Hocker hin. Das ist so ein Klappstuhl hier vom Camping. Aber du würdest beim Giveaway prinzipiell mitmachen, wenn es Erotikpreise geben würde. Sofort. Okay. Also aber, ich habe eine Frage. Oder wenn es zum Beispiel ein Mischpult geben würde oder so. Ja, das ist... Jetzt 270 Euro zu verschenken, in meiner Position, ist halt schon scheiße. Warte, warte, warte. Du, das ist... Also, ich verstehe sowas nicht. Was denn? Ist das per USB? Ja. Kannst per USB oder aufs Kabel. Was kann denn daran so teuer sein, verschiedene Soundkanäle auf vier Schalter zu legen? Da. Das Ding, ich fahre zu Konrad Elektronik und basteln dir selbst zum Teil. Das Ding ist ja riesig. Und jede Reihe ist... Jetzt, ja. Ah, ooooh. Das ist ja der Hammer. Ja, wenn, dann machen wir das richtig. Äh, wir sehen uns Hybris. Was denn wir? Ja. Nix Hybris. Hunger. Ja, wie heißt... Sandwich hat er gesagt. Sandwich? Hungern. Ja, Sandwich. Ich habe Hunger. Ich habe immer noch keinen Hunger. Hunger nicht... Ja, aber Lust auf was Süßes hätte ich. Nee, nicht mehr das. Ja, die... Goldi. Sein Gold. Haarig Goldi. Gut, steht gerade auf der Fensterbank. Ich darf doch auch nicht essen. Hi, von Stein. Äh, was machen wir? Das glaube ich nicht so ganz. Weil ich wollte dieses Streamen ja Zeit machen. Goldneck Chris. Okay. Und darum habe ich das investiert. Allein mein Mikrofon hat, äh, 55 gekostet. 55? Ja, das ist... Noch eine Null hinten dran. 55. Also, meins hing am Headset dran. Ja, und das hat die Qualität nicht so toll. Willst du ja mal so sein, dass ich den Scheiter anhöre? Aber der Setz hat auch 500 gekostet. Bestimmt. Also, der Sennheiser 600 oder 600? 600, glaube ich, oder? 670. 670. Ich habe Fische. Ah, ich habe sie... Ich habe sie überwunden. Weil es ist leider so, die Qualität muss stimmen, sonst... Bleibt ihr kein Zuschauer, wenn da... B-b-b-b-b-b-boss ist hier. Und ich habe Hunde, ich habe keine Austausch. Und Goldi, sie hat eine Katze. Ich habe eine SDG dabei, ne? Ich kann ja mal wieder mal versuchen, ob ich sie treffe. Komm, schrei mich an, du blöde Kuh. Ich glaube, ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ist ja, nein. Ah, verloren. Nice, Alter, nice. Geh weg. Ist ja. Die Teilung. Blöde Kuh. Mois, der nehmt in die Lanze mit und darf nicht einmal drauf. Warum unten zu? So, der ist da oben offen rein. Und das ist da oben. Äh, was für Pflanzen kaufst du dir? Alter, die raucht, man. Wenn er so teure Pflanzen kauft, möchte ich wissen, wer will. Ja, zum Rauchen natürlich. Man, man, man. Es ist ja keine zum Rauchen. Echt nicht? Ja, aber ich weiß schon, es gibt Pflanzen, die sind Schweineteuer, einer meiner Lieblingspflanzen. Wenn ich reich wäre, wo die mir hertun würde, sind diese Thuja-ähnlichen Gewächse, die so ein bisschen Korkenzieher-mäßig wachsen, aber so Bollen dran haben. Äh, ja. Ja, schwierig zu erklären. Hochbeetekosten Erdbeeren. Meine Erdbeeren sind auch sehr teuer. Ja, klar. Samen wird ja in tausende Euro gehandelt, von Stein. Ja, gerade meine. Scheiße, noch keine zu 10. Ruhe. Ich wusste, dass auch was kommt. Ja, okay. Ich habe heute eine gute Anspielung geliefert. Ja, entschuldige. Die geilen Ausgänge. Ich hätte Fastsacken machen Doppelbauen, die bei den Ausgängen. Ja. 75 glaube ich. Ja. Hatten Hit. Wo ist der hin? War hier noch außerhalb. Unter dir ist ein rotes Fastsacken. Geil. Stehe ich drauf. Ich liebe das Risiko. Der hat hier einfach nur nur mal reingeschossen. Äh, ja. Und wieso habe ich keinen Hedgehardt gekriegt? Ich habe das Gefühl, der wollte auf mich schießen. Da geht der auf und ab. Ich sehe ihn. Geil. Wo? Direkt da, wo er gesagt hat, auf 75 an der Ruine. Aber es kann ja nur einer sein. Was? Soll ich heilen? Cool. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe gesagt, kommst du auch bitte rausgekommen. Cool. Ich bin doch rausgekommen. Von wo? Ähm, Süden hat einer geschossen nochmal. Hundekäfig. Alter, der trifft auch wieder jeden Schuss da unten. Okay, von scheinen. Danke. Aua! Zwei sind bei dem Durchgang. Einer ist am Hundekäfig gewesen. Ja, zwei sind bei Goldie und einer ist noch immer da hinten. Ich bremme. Ich bremme. Komm näher. Eine sind jetzt alle hier auf dem Compound. Einer ist hier unten. Einer ist hier. Einer ist da hinten. Ich denke, das wurde fast. Zwei sind oben. Wie oben. Bisschen oben. Ja, ja. Und eine ist drin. Wie hier hier sind, irgendwelche Drähte. Nur unten sind die zwei Türen verdoppelt. Er hat nur Glück gemacht. Ich will was Süßes. Aber Goldie wird wieder rausrennen. Ich brauche mit der Bombenlanze nicht auf Entfernung bleiben. Doch. Warten, bis sie rankommen. Weil jetzt in der Situation, wo jetzt Zecke war, da hätte sie jetzt eins sitzen können. Die müssen rankommen. Weil da außen kann dich keiner holen. Das ist ja das, was wir immer sagen. Immer drinnen bleiben. Nee. Die möchte ich widersprechen. Doch. Ja, es darf halt nicht nur einer raus. Das ist halt... Zecke ist noch in der Lobby. Nicht in der Lobby. Oh. Ich habe vergessen zu drücken. Ich muss gerade was Wichtiges tun hier. Deine Pizza schneiden. Ich kann sie nicht richtig sehen, weil es hier scheiße dunkel ist. Was? Deine Pizza? Keine Ahnung. Also. Was meinst du? Ich verstehe. Warte mal. Warte. Kannst du einen rauchen? Dann hole ich mir ein Bier. Entschuldigung. Wenn du einen rauchen gehst, kann ich auch Bier holen. Ob eine Pizza schneiden? Was ist denn das für eine Soße, die da noch daneben ist? Oder ist das der Pudding? Ist das wirklich noch Pudding als Nachspeise? Zecke? Dad? Untertitelung des ZDF, 2020 WB, ich hatte dich gerade gefragt, ob das noch Pudding ist, was neben der Pizza steht. Ja, selbstverständlich, nur die Pizza reicht nicht. Alter. Kein Wunder, dass du Fahrgarten fahren musst, weil wenn du nicht Fahrgarten fahren würdest... Alter, und die Fesu-Schuk ist da drauf und Pudding und... Alter, dich müsste man doch rollen, oder? Alter, das ist ja... Boah. Also von der Pizza, die isst aber nicht ganz alleine, oder? Natürlich. Was ist das? Allerdings ist das Parmesan-Käse, glaube ich, diesmal, weil wir nichts anderes hatten. Mal gucken, wie das schmeckt. Oh! Der ist also noch fetthaltiger. Ich weiß, wie Parmesan schmeckt. Wie richtiger Parmesan. Du musst dann noch was drücken, Tidal, sonst geht das nicht weiter. Ja, Goldilisga auch. Du weißt, wie er ist. Achso, oh, ja. Na, also warte ich noch ein, zwei Sekunden länger. Geil. Jetzt meinen Sie, wie viel ich hinterher saufen kann, ohne dass das nur irgendwie sich bemerkbar macht. So, jetzt warte, jetzt drücke ich mal schauen, ob er bis dahin jetzt dann da ist. Das schafft er. Das verbinden dauert ja auch vier Minuten. Außer man findet sofort jemanden. Hm. Ja. Ich mach mal mein Mikro aus. Bis dann. Nee, das ist an. Gut. Mach es aus. Ah, da ist er. Okay. Der Pirate. Das hast du doch perfekt getimed. Ja. Stimmt, der Goldilisga ist heute als Pirat angezogen. Ja, ja. Aber der sagt nix, oder sein Mikro ist gemutet. Nein. Er ist geknickt. Vielleicht traut er sich nicht. Aber so, wir sollten jetzt dann noch ein, zwei Runden spielen und dann vielleicht umschwenken. Ja. Weil, das ist ja, der Gott erbärmlich. Ich habe seit gestern 12.000 Dollar verloren seit gestern. Musst du das mal so machen wie Goldilisga? Mal mit was Lippen rein. Äh, genau. Ich gehe schon günstig rein. Ja, und du siehst scheiße aus. Ich weiß. Also, im Spiel jetzt. Ach, warte, keine Beleidigung, kein Lästern. No, sorry. Los, wir gehen dahin. Dahin. Lass uns dahin. Das finde ich immer so geil, wenn du mit Random spielst. Und dahin läuft dann zum Ausgang. Du hast ein bisschen positiver in die Runde reingehen. Tidal. T-T-Tidal. Wie T-T-T. T-Tidal. Und vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger, aber vorsichtig ist ja was für Mädchen. Nein, das ist diskriminierend. Was meinst du mit Vorsicht? Ich bin ja schon vorsichtig. Das war ich nicht. Nicht aber. Mach mir die Türen zu. Ich habe keine Türen zu gemacht. War das Hunter oder was ist da los? Hunde und ich habe aufs Fass geschossen. Ich bin bloß gerade. Noch eine. Ich habe gerade schon ein... Hier ist eine Tür. Wer ist da schuld? Wer? Was? Ich muss mich schon wieder heilen. Nein, Doug. Du hast eigentlich nichts verpasst. Außer zwei, drei Runden. Außer sein Spiel, was er gewonnen hat. Das wollte ich jetzt eben nicht sagen. Ich habe dir das per Flüster-Nachel-Twitch geschickt. Könntest du das bitte lassen, Goldi? Das Reflex, ich mache das echt nicht mit Absicht, sorry. Oh, es ist schlimm, ehrlich. Ich sage jetzt, Türen zu machen. Ich mache das nicht mit Absicht. Dann gewöhnt es dir an... Nicht immer gleich halten. Doch. Dass du es vielleicht mal merkst. Je mehr du schwimmst, sonst noch... ...mehr mache ich es mit Absicht. Aber jetzt schaue ich, wer hier in die Hand biebt. Ah, ich... Eifel... Alli, down. Ist da eine Pizza weiter? Nee, ich wollte eigentlich gucken, ob da nicht jemand rüberkommt. Weil wir so laut gewesen sind. Ja, Hunter, Hunter, Hunter. Ja, ist doch noch klar. Direkt vorne am Clou. Kommt gleich zu heim. Sorry, wenn ich jetzt so laut war. Bitte, Ducky, ich hoffe, du findest Spaß dran. Ah, fuck. Diese fucking Zombie, echt. Läuft durchs Wasser? Ich muss mich immer noch heilen. Ich treff den nicht. Mit der Romero, Alter. Da fick' dich. Was ist das? Meine Waffen sind weg, der hat mich durchgelootet. Diese scheiß Rollen von dieser Waffe. Ja, hat es beim letzten Mal zu schnell umgeschwenkt. Dann hat er das dämliche ja immer. Heute ist irgendwie Pumpentag, kann das sein? Naja. Wann haben wir angefangen? Um vier? Um fünf? Um fünf. Wir sind aber erst zwei Stunden. Und du bist jetzt schon genervt. Ist mal ne Pizza, dann gehts ja besser. Oder los, trink noch einen. Wärter. Tut weh. Tut weh? In den Ohren, ja. Achso, okay. Ich denke ja schon. Okay, ich spiele billig load on. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Weißt du, wie mein Konto statt eigentlich ist? Den Freehunter nehmen, den statten wir mit einer Romero und einer Nagant aus. Guck mal, mein Handkonto stand dann. Man sieht dein Goldhaus nur. Ja. Man sieht's bei dir nicht. Null. Rang 82. Null. 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 Er hat kein Geld mehr, er ist null. Wie null? Null macht man das denn? Naja. Können. Laufen die Runden nicht so toll? Also ich hab noch 15.749. Ich hab noch 3.800. Was macht hier falsch, Leute? Goldi, du musst noch mal klicken. Ich schmeiß dir gleich eine Waffe zu, ist das okay? Ja. Das wäre toll, wenn man das machen könnte. So, direkt Waffentausch. Mhm. Aber du könntest halt wieder Frischprestige-Stricker halt... Toni ist online. ...unterstützen. Ja, ja. Der Fong sagt der 100 auch, aber er guckt immer wieder in den Stream rein. Der ist aber schon ganz... Äh, 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 können wir nicht mit ihm schwimmen gehen? Toni ist bei mir nicht mehr online. Zuletzt online vor 10 Minuten. Ich weiß ja nicht, wie's bei dir ausschaut. Toni war er gerade online gekommen. Ob das bei dir auch zeitversetzt ist? Mhm. Ich bin ja auch... Ich bin ja auch viel, viel weiter im Norden als ihr. Toni ist immer noch bei mir offline. Mhm. Seit 10 Minuten. Zu viel Bier oder zu viel Pizza? Ne, eins von beiden. Nein, von beiden kann man gar nicht genug haben. Ach so. Okay. Man sieht ja immer noch dein Steam... Ja, ich hab vorige Version vorhin geladen, weil er das Spiel nicht erkannt hat. Nein. Oh. War ja bloß, äh... Goldthaus-Hintergrund. Wann? Es ist 1910! Yippie! Party! Warum? Die ist gleich 1911. Party! Hä? New Cheer! Ich hab mein Name. Zeck in 1910. Ah so. Von St. Pauli. Danke für die ohne Bits. Oh Mist. Mein Bier ist schon wieder leer. Alter! Was? Deswegen triffst du auch nichts. Du brauchst ein volles Bier. Ja, ich muss ja die ganze Zeit hier mit euch spielen, deswegen kann ich mir ganz mehr holen. So, das heißt für die nächste Runde nur mit dem... Goldi hat ja keine Kohle mehr. Also wenn wir es nicht raus schaffen, gehen wir nur mit dem Free Hunter rein. Und looten alles, was wir weg machen. Ich hab noch drei Hunter, aber die schick in Rente. Also ich hab ne... Ich hab ne Springfield, ne? Ne Springfield. Mhm. Wir können ja einfach mal geschickt spielen. Was haltet ihr denn davon? Und den Ergant hab ich dabei. Also das Billigste vom Billig... Und den Ergant hab ich irgendwo übrig. Aber den Ergant Office ist gehoben. Abgehoben vielleicht, ja. Ja. So, hüp, hüp, hüp. Alle die noch nicht mitgemacht haben, bitte am Giveaway mitmachen. Jeder Follower kann heute gewinnen. Kann gewinnen. Äh, gewinnen kann jeder Follower. Wer will... Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal... Wer hat noch nicht? Wer will noch mal... Wer will noch mal... Wir können gewinnen. Gewinnen. Dorsen, Dorsen. Machen wir doch. Wir spielen doch anständig. Anständig laut. Ja, hast du doch gesagt, oder? Bäh. 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 opacity. Bäh. 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 Ihr könnt sagen einfach spielen. Bäh. 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 Ich überlege gerade, wie wir das vermarkten können. Also PTC Pippe Podcast. Ich habe schon mal die perfekte Abkürzung für PPP. Bei Abkürzung würde ich vorsichtig sein. Wieso? Unser Firmenname ist ja relativ lang. Wir haben auch eine Abkürzung. Wir haben vor kurzem herausgefunden, dass diese Abkürzung eine Droge ist. Scheiße. Ja. An der am nicht fertigen Haus noch, oder was? Oder wo hast du die gesehen? Ich habe sie gehört, aber... Das ist eigentlich... Ich glaube, ich habe mich verhört. Speedbell war gar nichts. Da sind noch Hunde, die rumspazieren an der Ruine. Ja, ja. Und bei mir ist ein Immolator, der ist ruhig. Und eine Hive, die ist ruhig. Ich bin jetzt auch draußen vor dem nicht fertigen Haus. Das sieht auch alles ruhiger aus. Dann habe ich mich gehört. da sind die ja drüben auf der Parallelseite von uns. Das kann schon möglich sein. In der Parallelwelt? Parallelseite! Pimmel-Pommel-Pommel-Welt auf der Parallelseite. Pimmel-Podcast, ja. Da ist ein Armbus-Stall gegangen. Da schießt einer vor mir. Ja. Äh, Brücke? Was ist da? Die Richtung irgendwo. Aber, ne, ist drüben. Wasserrad, Wasserrad. Was denn jetzt? Wasserrad, Brücke, Wasserrad. Rechts ein Imbro und vor mir ein Wasserrad-Wandschuss. Wir waren eine Hunde, ja, ne? Und von hinten schießt was. Von hinten? Ja, draußen. Nee. Ich hab's da fast gehört. Ich hab's da fast gehört. Von hinten. Keine Ahnung. 25. Äh, 82 Meter. Was war das los? Lebelle, Headshot. Lebelle, Headshot. 82 Meter. Hinten kommt was und vor uns war was, ja. Können wir noch ein Bier? Bis gleich. Ja, guck, die kommen von außen. Und da vorne an dem Wasserrad hat halt mit der Winnie einer geschossen. Das ist tatsächlich ein Hunter. Ich konnte mir das jetzt gar nicht glauben. Dass der da so ruhig stand. Was war das? Ja, dauerh. Nein, das war's. Hinten am Busch war einer? Hier ist einer In dem Gebüsch sind zwei Ich bin wieder da Mit frischem Bier Und schlechtem Talaunen Vom Wasserrad Wie hießen da in der Zecke? Äh, ein Russe Bei mir hieß er Quiet and Alone Quiet and Alone Genau Der gleiche hat mich auch geholt Zack, deine Spritze ist nicht durch Jetzt möchte das andere Team mit ein Ich bin sicher Ah 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 Heilen nicht vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen. Das war's für heute. Ich hab' strampelt im Spiel. Ich bin aufm Desktop. Weil du tot bist. Gewinne es. Da ist das nächste Team, scheiße! Aber den hast du gut gegeben. Zu viele. Ja. Hast du trotzdem gut gefickt. Zwei hab' ich, mindestens zwei hab' ich mitgenommen. Ja. Aber sind trotzdem nicht raus, ne? Nein. Und Doldi startet schon das nächste Spiel, oder was ist schon wieder los bei dir? Wer sagt, ich hab Euro und bin aufm Desktop. Was machst du denn immer? Ich hab' dir zugeguckt. Okay. Kann ich's verstehen. Herzlich Glück und Snoodog. Herzlichen Glück und Stuck auf Duty. Und man kann wieder mit Ausrufezeichen giveaway mitmachen. Gezettmänner. Alter, was rockst du denn alles raus heute? Es hat sich so viel bei mir angesammelt. So, Freehunter. Oh, die Zecke macht auch mit jetzt. Endlich! Denk dran, Freehunter kaufen. Ich muss ja in mein Spiel reinkommen. Oh ja. Was hier, der Freehunter? Mhm. Wer kann man auf diese Schnapsidee? Tidal ist mit der Springfield und mit der Romero Handcam. Ja, Freehunter. Mhm. Aber du kaufst dir ja lauter Sachen sich gerade. Naja, ein bisschen Heilung brauch ich schon auch, ne? Mhm. Ja, ganz wenig. 6 in total. 6 in total. Aber du musst dir viel Geld ausgeben. Hier, Goldi hat ja nur 50 gekriegt. Wir haben, zwei haben wir, ne? Du hast 100 gekriegt. Ich hab mir gekauft. Ein Messer, ein Midi-Pack. Ein Schlaggang und ein Stacheldraht. Alles andere ist nur geliehen. Das hatte ich schon. Goldi ist nicht mein, unsere Gruppe. Goldi muss doch das Spiel neu starten. Der hat einen Error. Der hat mir zugeguckt. Boah. Vielleicht mal... Blatt mal... Ich verschicke... Ich schicke grad die Key. Wer war das jetzt noch Snoo? Hoffentlich steckst du nicht unter einer Pizza. Ich ess immer noch. Ich weiß. Das Bier ist auch schon fast wieder alle. Läuft heute. Bei mir werden immer nur abgezogen, 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 abgezogen. Dauert das noch länger oder... Nein. Gar nicht. Weil dann würde ich ganz gern nach dem Weg gehen. Ne, ich hab doch keine Einladung gekriegt. Hahahaha. Jetzt muss ich aber nochmal einladen. Hau ich noch, ne? Mann, Mann, Mann. Alter. Das ist ja echt übelst. Das artet echt in Stress aus hier. Hättest da noch was? Einladung ist raus. Paglim, Paglim. Paglim, Paglim. Paglim, Paglim. 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 Letztes Spiel... Bei Hand. Dann würde ich sagen... Schwenken, oder? Kurz aufkasten. Ist ja gut. Auch wenn wir verkacken. Mir bringt das heute irgendwie voll den Spaß. Aber schwimmen gehen will ich auch. Bestimmt... Bestimmt nackt. Aber jetzt muss ich erstmal... Oh, ja. Warte, muss ich erstmal 20 Minuten bestaunen, was ihr euch alles alles gegönnt habt. Jetzt gibt's doch nichts. Ich hab die Hand neu gestartet. Jetzt überträgt das Bild wieder nicht. Oh, ne, oder? Hattest du wieder rausgetappt? Ne, 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 gar nicht. Ich hab dir zugeguckt und auf einmal standbilden wir auf dem Desktop. Ich hab nur noch mit Gehör mitbekommen, dass du beide Teams eliminiert hast. Aber... Ist irgendein Lüfter bei dir wieder kaputt? Ne. Alles im normalen Bereich. Ich hab's eliminiert. Ne, ist klar. Ich hatte alle drei Teams, hab ich gemacht. Dich hab ich auch wieder aufgehoben. Aber du warst ja leider weg, weil du ein Breakout hattest. Dann hatte ich den Boss gemacht. Ihr habt mitbekommen, dass ich verbrannt bin. Oh. Ups. Ich mag dich halt besonders knusprig. Oh, nein. So, dann werde ich wahrscheinlich das Aufnahmeprogramm nochmal neu starten. Aber wir können sonst auch aus der Runde rausgehen, dann kannst du es sofort machen. Mach ich jetzt auch sofort. Okay. Eine Low Budget Runde ist das. Also, das ist ja wie bei Counter Strike hier.